Es geht weiter im UWG und diesmal besprechen wir die Irreführung durch Unterlassen. Also jetzt nicht die Irreführung durch aktives Tun, durch Machen einer Angabe, sondern durch Unterlassen. Und wenn ihr euch an das allgemeine Zivilrecht erinnert, dann gilt immer der Grundsatz, man muss aktiv was tun, um beispielsweise beim 823 Absatz 1 eine Schadensersatzpflicht auszulösen. Wenn jemand mir mit seinem Auto in mein Auto fährt, dann handelt er aktiv und dann macht er sich nach 823 Absatz 1 BGB schadensersatzpflichtig. Das gleiche, wenn ich ein Auto kaufe und der Verkäufer sagt mir, das Auto hat nur 500 Kilometer gefahren und tatsächlich hat es 10.000 Kilometer schon gefahren. So, in diesen Fällen hat der Verkäufer oder der Schädiger hat hier aktiv entweder gesagt, hey 500 Kilometer und beziehungsweise aktiv ist er mir ins Auto reingefahren. Also grundsätzlich brauchen wir im Zivilrecht immer eine Handlung. Allerdings kann auch ein Unterlassen dann eine Handlung sein, wenn eine Pflicht zum Handeln besteht. Das ist der allgemeine zivilrechtliche Grundsatz. Also jetzt nochmal bezogen auf meine zwei Eingangsfälle. Grundsätzlich muss der Verkäufer eines Autos mir gar nichts sagen. Wenn er mir gar nichts sagt, dann täuscht er mich auch eigentlich nie. Aber wenn eine Aufklärungspflicht nach 242 BGB besteht und er erfüllt diese Aufklärungspflicht nicht. Also beispielsweise er klärt mich nicht darüber auf, dass die Bremsen nicht funktionieren oder so. Ja, dann ist das eine arglistige Täuschung durchunterlassen, weil er hatte hier eine Aufklärungspflicht. Und das gleiche kann ich auch nochmal auf den 823 Absatz 1 BGB beziehen. Normalerweise muss jemand mir ins Auto aktiv fahren oder jemand muss mich aktiv schlagen. Aber beispielsweise bei einer Baustelle, da ist eine Gefahrenquelle geschaffen worden. Und deswegen sagt dann das Recht, man muss hier eine Verkehrssicherungspflicht erfüllen. Man hat eine Verkehrssicherungspflicht und muss diese erfüllen. Wenn man dies unterlässt, dann ist man trotzdem nach 823 Absatz 1 haftbar, obwohl man nichts tut. Deswegen stehen immer bei den Baustellen diese roten Zäune beispielsweise, weil die haben eine Verkehrssicherungspflicht. Und wenn man diese Pflicht nicht einhält, also unterlässt, man macht nichts, dann macht man sich trotzdem schadensersatzpflichtig. Okay, soviel zur Einleitung und jetzt kommen wir zum Lauterkeitsrecht. Wir schauen uns jetzt an, wo wir sind, wie immer. Wir sind wieder bei der Unzulässigkeit und wieder beim Paragraf 3 Absatz 1 UWG in Verbindung mit Paragraf X UWG. Und in diesem Fall ist es jetzt der Paragraf 5a Absatz 1 UWG. Hier solltet ihr auch diese dreischrittige Prüfung kennen. Einmal brauchen wir eine wesentliche Information, das ist auch der Hauptteil meistens. Dann brauchen wir ein Vorenthalten und dann brauchen wir die Relevanz, die wir schon kennen. Okay, hier nochmal zur Übersicht. Wir sind jetzt hier und ihr seht einen wichtigen Unterschied. Bei den sonstigen Marktteilnehmern, da sind die Informationspflichten nur nach Paragraf 5a UWG bestimmt. Bei den Verbrauchern, da richten sich die Informationspflichten nach den 5a und 5b UWG. Das heißt, da bei den Verbrauchern müssen wir immer den 5b noch hinzuziehen. Und damit kommen wir jetzt zu der Bestimmung der wesentlichen Informationen. Hier liegt häufig der Schwerpunkt. Also, wie machen wir das? Als erstes schauen wir, liegt hier ein Verbraucher vor, also ein B2C-Verhältnis oder ein B2B-Verhältnis. Verbraucher, Paragraf 2 Absatz 2 UWG bzw. Paragraf 13 BGB. Wenn ein Verbraucher vorliegt, ja dann müssen wir den 5b UWG. Und beim 5b UWG lest ihr von hinten nach vorne. Also, zunächst einmal schaut ihr in den 5b Absatz 4. Wenn der Paragraf 5b Absatz 4 nicht einschlägig ist, dann geht ihr in den 5b Absatz 2 und Absatz 3. Wenn diese nicht einschlägig sind, dann geht ihr in den 5b Absatz 1. Und wenn dieser auch nicht einschlägig ist, ja dann sind wir beim Grundfall. Beim Paragraf 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UWG. Wenn wir nicht im B2C-Verhältnis sind, also ein sonstiger Marktteilnehmer, dann sind wir sofort hier bei unserem Grundfall. Weil dann müssen wir diesen 5b nicht berücksichtigen. Nur bei Verbrauchern ist der 5b einschlägig. Okay. Hier seht ihr das dann auch nochmal, ja schriftlich. Also B2B nur 5a Absatz 1 Nummer 1 UWG für die Bestimmung der wesentlichen Informationen. Und im B2C-Verhältnis, da geht ihr bei der Bestimmung der wesentlichen Informationen erst in den 5b. und dort geht ihr erstmal ans Ende der Norm, nämlich 5b Absatz 4, dann Absatz 2 und 3, dann Absatz 1. Und wenn alle die nicht einschlägig gewesen sind, dann gehen wir zum Grundfall, den 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UWG. Okay, damit komme ich jetzt zu der ersten Norm für die Bestimmung der wesentlichen Informationen im B2C-Verhältnis, nämlich den 5b Absatz 4. Als wesentlich im Sinne des 5a Absatz 1 gelten auch solche Informationen, die dem Verbraucher aufgrund unionsrechtlicher Verordnung oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden dürfen. Also der 5b Absatz 4, der fingiert, hier gelten, der fingiert die Wesentlichkeit von Informationen aus unionsrechtlichen Verordnungen. Wenn eine unionsrechtliche Verordnung irgendeine Informationspflicht statuiert, ja dann ist diese automatisch über § 5b UWG eine wesentliche Information, also da ist dann der erste Prüfungspunkt in unserem Schema zu bejahen. Den 5b möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so viel weiter thematisieren, weil im nächsten Video besprechen wir die Influencer. Und bei den Influencer, da gibt es den, insbesondere den § 6 Telemediengesetz, den wir beachten müssen. Und der § 6 Telemediengesetz, das ist eine Rechtsvorschrift zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien, also den § 6 Telemediengesetz, den inkorporieren wir in das UWG, also in das Lauterkeitsrecht, über den 5b Absatz 4 UWG. Genau noch ein kleiner Hinweis. Der 5b Absatz 4 ist lex specialis über den § 3a. Das muss euch jetzt nicht interessieren. Das besprechen wir in, keine Ahnung, 6, 7 Videos nochmal ganz kurz. So, dann der 5b Absatz 3 und Absatz 2. Zunächst einmal der Absatz 2. Bietet ein Unternehmer Verbrauchern die Möglichkeit, nach Waren oder Dienstleistungen zu suchen, die von verschiedenen Unternehmen oder von Verbrauchern angeboten werden? So gelten, unabhängig davon, wo das Rechtsgeschäft abgeschlossen werden kann, folgende allgemeine Information als wesentlich. Also der 5b Absatz 2, das sind diese Ranking-Sachen bei beispielsweise Amazon. Wenn ihr bei Amazon Mikrofone eingibt, ja dann kommt ein, keine Ahnung, das Mikrofon X ist dann das erste Ergebnis, weil das gesponsort wurde, also da hat irgendjemand Geld ausgegeben, Geld an Amazon gegeben und deswegen ist das jetzt das erste Suchergebnis und danach kommt das Mikrofon Y, danach das Mikrofon Z und wie diese zustande kommt, das stellt Amazon auch, ja, da kann man sich informieren, wie so, wie dieses Ranking sich aufbaut bei Amazon. Okay, ihr könnt euch neben, oder ihr solltet euch neben den 5b Absatz 2 UWG den Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 7 kommentieren, weil da ist dieses Ranking legal definiert. Und dann noch die Nummer 11a der schwarzen Liste. Genau, damit kommen wir auch schon zum 5b Absatz 3. Wie gesagt, also, oder nicht wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, aber der 5b Absatz 2 und der 5b Absatz 3, das sind, die müsst ihr in der Klausur einfach lesen. Wenn es um Kundenbewertung geht, beispielsweise dieses Mikrofon hat 4,4 Sterne, dann geht es um Kundenbewertung und dann ist womöglich der 5b Absatz 3 UWG einschlägig und den müsst ihr jedenfalls irgendwie thematisieren. Genau, 5b Absatz 3 sagt, macht ein Unternehmer Bewertungen zugänglich, die Verbraucher im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen vorgenommen haben, so gelten als wesentlich Informationen darüber, ob und wie der Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die Ware oder Dienstleistung tatsächlich genutzt oder erworben haben. Also hier geht es darum, bei Amazon, bei den Kundenbewertungen steht ja auch immer, hat das tatsächlich gekauft oder so, irgendwie so steht das da. Aber da muss Amazon sicherstellen, dass die Information, ob und wie Amazon sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen tatsächlich von solchen Verbrauchern stammen, die die Ware oder Dienstleistung tatsächlich genutzt oder erworben haben. Wie das passiert, muss Amazon sicherstellen. Genau, hier könnt ihr euch den 23b und Nummer 23c der schwarzen Liste daneben kommentieren. Okay, damit komme ich jetzt auch schon zum 5b Absatz 1. Da geht es um Informationspflichten für den Fall, dass der Verbraucher das Geschäft abschließen kann. Und hier, ja komm, den lese ich auch nochmal, werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale oder Preis in einer dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann, so gelten die folgenden Informationen als wesentlich im Sinne des 5a Absatz 1 UWG, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben. Nummer 1, alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung. Nummer 2, die Identität und Anschrift des Unternehmers. Blablabla, genau. Also der 5b Absatz 1. So, der regelt den Fall, dass der Verbraucher das Geschäft sofort abschließen kann. Und das ist beispielsweise der Fall im Geschäft. Wenn ihr im Supermarkt seid, dann könnt ihr sofort das Geschäft abschließen. Okay. Es kann aber auch sein, dass sich die Informationen unmittelbar aus den Umständen ergeben. Beispielsweise muss in einem physischen Geschäft, sagen wir der Tante Emma Blumenladen, da muss natürlich die Tante Emma nicht die Identität und Anschrift des Unternehmens angeben, weil das ergibt sich unmittelbar aus den Umständen, weil ihr seid ja gerade im Tante Emma Laden. Also in dem Fall ist die Nummer 2 bei physischen Geschäften irrelevant. Okay. Wichtig ist mir hier beim 5b Absatz 1 eine Sache, nämlich es geht um diesen Fall, dass die Ware oder Dienstleistung angeboten wird. Dieses Angeboten, das muss nicht ein Angebot im Sinne des 145 BGB sein. Wenn es ein solches ist, ist das natürlich nicht schädlich. Allerdings beispielsweise im Supermarkt ist das natürlich auch kein Angebot im Sinne des 145 BGB, weil der Kaufvertrag kommt ja an der Kasse zustande. Genau. Und hier jetzt noch diese eine wichtige Rechtsprechung, das kam auch bei uns im Tutorium-Fall vor, nämlich eine Werbeanzeige kann ausreichen für das Anbieten, weil man sieht diese Werbeanzeige und kann dann ganz schnell eben dem Internet, ah ja, klick, klick, kaufen. Und das ist dann auch ein Angebot im Sinne des 5b Absatz 1 UWG. Okay. Soviel zum 5b Absatz 1. Wir kommen zum Grundfall, nämlich den 5a Absatz 1 Nummer 1 UWG. Der gilt, wie gesagt, im B2C-Verhältnis. Nur dann, wenn wir im 5b durch sind, dann ist dieser 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UWG unsere Norm für die Bestimmung der wesentlichen Informationen im B2C-Verhältnis. Und im B2B-Verhältnis, da gilt immer nur sofort der 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UWG. So, der 5a Absatz 1 sagt, unlauter handelt, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält, die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen. Hier seht ihr schon am Gesetzeswortlaut, ihr müsst hier argumentieren. Ihr müsst einfach schauen, benötigt der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer diese Information, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen. Ja oder nein? Ist das wichtig, wie die Klimakompensation berechnet wird? Ja oder nein? Also, da muss man halt argumentieren. Okay, damit komme ich jetzt zu dem zweiten Prüfungsschritt in unserem Schema, dem Vorenthalten. Das, was wir gerade gemacht haben, das war alles zu dieser wesentlichen Information. Jetzt kommt das Vorenthalten. Beim Vorenthalten müsst ihr zwei Schritte gehen. Erstens müsst ihr schauen, was war hier gefordert, was war der Soll-Zustand und was ist der Ist-Zustand. Hier reicht in den meisten Fällen tatsächlich nur ein Satz. Nämlich, hey, der Unternehmer musste diese wesentliche Information, beispielsweise aufgrund von einer unionsrechtlichen Verordnung, musste er die bereitstellen, beispielsweise der Energieeffizienz-Sticker, den ihr immer bei den Elektrogeräten seht. Dieses mit dem A++, A+, A, B, C, D, E und dann wird das immer rötlicher. Also, je weiter, ich glaube E ist schon ganz rot oder so. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist eine Informationspflicht aufgrund einer unionsrechtlichen Verordnung. Diese hat der Unternehmer beispielsweise in eurem Klausursachverhalt nicht auf die Spülmaschine geklebt. Dann müsst ihr in diesem Fall nur einen Satz schreiben. Nämlich, der Unternehmer hatte diese Pflicht, diese wesentliche Information bereitzustellen und hat diese nicht bereitgestellt. Und somit konnte der Kunde oder der Verbraucher bzw. sonstige Marktteilnehmer sie nicht bei seiner geschäftlichen Entscheidung berücksichtigen. Und das ist der erste Schritt in eurer Klausur. Einfach wirklich einen Satz feststellen, okay, diese Information wurde hier nicht erkennbar gemacht. Und der zweite Schritt, und der ist nochmal wichtig, das ist dieser 5a Absatz 3 UWG. Darin steht, bei der Beurteilung, ob wesentliche Informationen vorenthalten wurden, sind zu berücksichtigen räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das für die geschäftliche Handlung gewählte Kommunikationsmittel. Hier möchte ich zwei Fälle erwähnen. Einmal ein Fall vom EuGH. Genau, in diesem Fall vor dem EuGH, da hatte ein Reisebüro irgendwie eine Broschüre oder sowas gemacht und hat dort mit Abpreisen geworben. Also Reise oder Flug von Hamburg nach Istanbul für nur ab 99 Euro. Irgendwie sowas. Und ja, dann hatte irgendein Verbraucherschutzverein dagegen geklagt, weil da müssen doch die genauen Preise stehen. Aber das Problem ist natürlich, das Reisebüro, das kann nicht alle Informationen auf diese kleine Reisebroschüre packen. Hey, wenn ihr dienstags fliegt, dann kostet das weniger, als wenn ihr am Samstag fliegt. Wenn ihr am Dienstag um 4 Uhr morgens fliegt, dann ist das günstiger, als wenn ihr am Dienstag um 12 Uhr fliegt. Dann hätte dieses Reisebüro jeden erdenklichen Preis für jede erdenkliche Kombination aufführen müssen. Und das ist natürlich allein räumlich gar nicht möglich, in dieser kleinen Broschüre alle Preise aufzulisten. Dienstags günstiger als samstags, morgens günstiger als mittags. Und dann würde das 248 Euro kosten. In diesem Fall würde das 198 Euro kosten und so weiter. Das war hier wegen der räumlichen Beschränkung des Kommunikationsmittels, nämlich wegen dieser kleinen Broschüre, war das nicht möglich. Und daher liegt kein Vorenthalten vor, sondern das Reisebüro hatte in seiner Broschüre zu Recht nur auf die Internetseite des Reisebüros halt verwiesen. Zweiter Fall. In einem sechsseitigen Werbeprospekt mit direkter Bestellmöglichkeit muss nicht nur auf das Widerrufsrecht des Verbrauchers im Fernabsatz hingewiesen werden, sondern es muss auch das Muster-Widerrufsformular abgedruckt werden, selbst wenn es eine ganze Seite in Anspruch nimmt. Okay, also, hier war, glaube ich, irgendwas mit Kleidung oder sowas, also so ein Kleidungskatalog. Und dieser Kleidungskatalog war sechs Seiten lang. Ja, jetzt hatte man dann auf der ersten Seite, ah, schöne neue Pullover, zweite Seite tolle neue Jacken, dritte Seite, ihr wisst das. So, und dann hatte der Unternehmer, der mit diesem Werbeprospekt wirbt, hat nur so eine kleine, hat nur eine kleine Box gemacht, hey, wenn sie hier kaufen bei uns, dann haben sie ein Widerrufsrecht nach 312b BGB, ist es, glaube ich, ja, ich glaube ja, mit Fernabsatz 312b BGB, dann haben sie ein Widerrufsrecht und können innerhalb von 14 Tagen den Vertrag widerrufen. So stand das da drin. Das reicht aber nicht aus, sondern man muss hier das Musterwiderrufsformular, was in der Anlage zu 246a EGBGB, ja, genannt ist, das könnt ihr auch googeln, da gibt es dieses Musterwiderrufsformular, das musste der Unternehmer hier dran fügen, auch wenn es nur sechs Seiten war, weil anscheinend, oder weil laut dem BGH, kann man bei sechs Seiten, Werbeprospekt, kann man wohl eine Seite aufgeben für dieses Musterwiderrufsformular und das ist dann keine räumliche Beschränkung und somit liegt dann hier, oder lag dann hier ein Vorenthalten vor. Okay, dann ganz kurz zu der Abgrenzung zu Paragraph 5. Hier müsst ihr auf den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit gucken. Also, wenn im Sachverhalt steht, ey, es wurde gar nicht beschrieben, wie die Klimakompensation erreicht wird, ja, dann fehlt ja wohl eine wesentliche Information, dann müsst ihr den 5a UWG prüfen. Wenn gesagt wird, der Unternehmer U wirbt damit, dass die Stiftung Warentest die Zahnpass damit sehr gut bewertet hat, dann ist das natürlich eine Angabe, da hat er aktiv damit geworben, hier liegt dann der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit bei der aktiven Irreführung, also beim Paragraph 5 UWG. In diesem Fall wäre dann der Paragraph 5 UWG zu prüfen. Aber natürlich müsst ihr immer differenzieren, differenzieren, differenzieren. Also, das sind die Worte von Professor Ohli. Man muss im UWG wirklich ganz genau differenzieren, weil in diesem zweiten Fall könnte ja auch das Folgende passieren, nämlich, okay, er macht dieses Siegel Stiftung Warentest, wir sind mit sehr gut bewertet. So, jetzt könnte natürlich ein Punkt in der Klausur sein, ja, tatsächlich sind die nur mit gut bewertet worden und gar nicht mit sehr gut. Okay, das wäre dann Paragraph 5 UWG, also aktive Irreführung. Aber es könnte natürlich jetzt auch noch sein, dass der Unternehmer, der dieses Produkt verkauft, gar nicht erwähnt, wann der Test war und in welchem Heft dieser Test zu finden ist. Und dann stellt sich in Bezug auf diese letzten beiden Punkte, also wann der Test war, beziehungsweise in welchem Heft das ist, da stellt sich dann die Frage, ist das eine wesentliche Information, die hier fehlt, die hier vorenthalten wurde? Dann müsstet ihr in Bezug auf diese beiden Sachen Paragraph 5a UWG prüfen. Wir hatten dieses Beispiel mit dem Duschgel von dm. Dieses Duschgel bewirbt dm als klimaneutrales Produkt. Auf der Rückseite steht, dass die CO2-Emissionen durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes kompensiert werden. Daneben wird auf die URL www.dm.de verwiesen. Dort kann man zu dem Menüpunkt Nachhaltigkeit navigieren und dort dann zu einer Webseite mit weiteren Informationen zu den Klimamaßnahmen. Okay, so der Fall. Und beim letzten Mal hatten wir gesehen, hier ist die Angabe klimaneutral und wir hatten gesehen, dass hier keine aktive Irreführung vorliegt. Allerdings fehlen hier auf der Verpackung ja Angaben, wie diese Klimaneutralität erzielt wird und wie wird das berechnet. Also diese beiden Angaben fehlen. Und hier könnte dann eine Irreführung durch Unterlassen vorliegen. Nach Paragraph 315a UWG. Okay, dafür müsste jetzt diese Berechnungsmethode und auch die Erzielung der Klimaneutralität oder genau dieses Klimaziels, müssen wir schauen, ist das eine wesentliche Information. Der 5b Absatz 4 ist hier nicht einschlägig. Es gibt keine unionsrechtlichen Vorgaben dazu. Hier muss ich sagen, noch nicht. Also in Zukunft oder anscheinend gibt es da Beschreibung, das zu normieren. Dann schauen wir auf den 5b Absatz 1 UWG, weil der 3 und der 2, also 5b Absatz 3 und 5b Absatz 2, die sind hier offensichtlich nicht einschlägig. Es geht hier nicht um ein Ranking oder um irgendwie ein Bewertungsportal. Wir kommen also zum 5b Absatz 1. Da steht drin, werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann. So gelten die folgenden Informationen als wesentlich im Sinne des 5a Absatz 1 UWG, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben. Nummer 1, und da sind wir jetzt. 5b Absatz 1 Nummer 1, hätte ich genauer zitieren sollen. Alle wesentlichen Merkmale der Ware. Und hier müssen wir uns fragen, ist die Klimaneutralität, und wie diese erzielt wird, ist das ein wesentliches Merkmal der Ware? Und nein, hier würde ich das wie folgt sehen, ein wesentliches Merkmal der Ware ist auch produktimmanent. Also die Klimaneutralität, die ist, wie soll ich sagen, ist auf einer anderen Stufe. Für mich ist beispielsweise, hey, dieser Prozessor hat 3,6 Gigahertz. Das ist ein Merkmal der Ware. Die Klimaneutralität ist was ganz anderes. Das haftet nicht an der Ware an, und deswegen ist der 5b Absatz 1 Nummer 1 hier wohl zu verneinen. So auch das Landgericht in Karlsruhe. Andere Ansicht wohl womöglich vertretbar. Gut, dann kommen wir zu dem Grundfall 5a Absatz 1 Nummer 1. Unlauter handelt, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält. Nummer 1, die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen. Okay. Hier müssen wir uns also fragen, ja, was benötigt der Verbraucher, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen. Hier müsst ihr natürlich argumentieren, und der Sachverhalt von mir hat natürlich wenige Anhaltspunkte, aber nehmen wir mal an, dass für einen Verbraucher 2024 ist es definitiv von Relevanz, wie diese Kompensation erzielt wird und wie das auch berechnet wird. Weil, ja, jeder wirbt damit. Ihr seht das ja schon, also die Marktwirtschaft, die zeigt das ja an. Alle werben mit der Klimaneutralität und wie toll oder wie nicht schädlich das Produkt für das Klima ist und natürlich in der Hoffnung, dann mehr Produkte abzusetzen. Daher ist diese Berechnung der Kompensation und auch wie kompensiert wird, eine Information für einen Verbraucher, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen. Okay. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Also hier liegt jetzt der Schwerpunkt beim Vorenthalten. Wird diese Information vorenthalten? Und hier müsst ihr wirklich argumentieren. Hier könnt ihr jetzt nicht einfach so sagen, ja, steht nicht dabei, wie das genau kompensiert wird, deswegen vorenthalten plus. Nein. Weil wir haben ja das Problem, dass das natürlich nicht direkt auf der Ware steht. Okay. Aber auf der Ware wird ja auf www.dm.de verwiesen. Und wir müssen natürlich hier auch den 5a Absatz 3 Nummer 1 UWG beachten, wonach wir zu berücksichtigen haben, dass räumliche Begrenzungen hier, ja, zu beachten sind. Also dieses Duschgel hat nicht unendlich viel Platz. Also der Hersteller, also dm, wird da sicherlich nicht alles draufschreiben können, wie kompensiert wird, wie das berechnet wird und so weiter. Also den 5a Absatz 3 müssen wir natürlich hier berücksichtigen. Allerdings wird nur auf dm.de verwiesen. Und das ist dann doch wohl ein bisschen wenig. Reicht dieser Hinweis auf www.dm.de hier aus, um, dass der Verbraucher diese wesentliche Information in seine geschäftliche Entscheidung mit einbeziehen kann. Und hier müssen wir wohl sagen, nein, dieser allgemeine Verweis auf www.dm.de reicht nicht aus. Sondern der Hersteller muss hier auf eine genaue URL verweisen oder und einen QR-Code verwenden. Weil dieses dm.de, das reicht nicht aus. Da müsste sich der Verbraucher www.dm.de, da müsste er erstmal suchen, ah, okay, wie navigiere ich denn hier? Ah, okay, oben links, da gibt es ein Dropdown-Menü. Okay, klickt er drauf, da müsst ihr suchen. Okay, Produkte, Sortiment, ähm, was weiß ich, was dm.de alles anbietet. Dann Nudeln, Kosmetika und so weiter und so weiter. Und dann einer der letzten Punkte ist dann Nachhaltigkeit. Und dann muss er darauf klicken. Und dann kommt er erst auf diese Information. Also das ist dann doch schon wohl ein bisschen viel. Deswegen liegt dann hier ein Vorenthalten vor, weil der Verbraucher diese wesentliche Information, wie kompensiert wird, wie das berechnet wird, die kann er nicht in seiner geschäftlichen Entscheidung mit einbeziehen, sondern der müsste erstmal zwei Minuten googeln und das ist zu viel. Deswegen liegt ein Vorenthalten vor. Und somit kommen wir dann zu der Relevanz. Die wird auch hier indiziert, wie beim Paragraf 5 UWG, weil, ja, wenn eine wesentliche Information vorenthalten wird, dann wird die Relevanz natürlich indiziert. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aktiv-Legitimation liegt vor und hier liegt auch eine Wiederholungsgefahr vor. Die wird natürlich auch wieder indiziert durch die erste Rechtsverletzung. Und somit kommen wir zum Ergebnis Unterlassungsanspruch plus. Okay. Genau, hier nochmal zur Relevanz. Die Relevanz könnt ihr immer hieran ablesen. Nämlich steht immer zum Schluss immer, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also wir müssen schauen, ob hier eine Information vorenthalten wird, die dazu geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Und hier auch schon mal ein Beispiel aus dem letzten Video. Nämlich, wir haben hier ein Prospekt für Küchen. Es geht um Küchen. Und hier auf diesem Backofen fehlt der Energieeffizienz-Sticker. Der Energieeffizienz-Sticker ist unionsrechtlich vorgeschrieben, ist eine wesentliche Information nach 5b Absatz 4 UWG in Verbindung mit, keine Ahnung, Energieeffizienz-Sticker-Verordnung der EU. Irgendeine Verordnung, keine Ahnung, wie die heißt. So, das ist eine wesentliche Information. Die wird hier auch nicht genannt. Die wird vorenthalten. Okay, aber die Relevanz fehlt hier, weil dieses Vorenthalten ist nicht dazu geeignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Genau, dann noch der 5a Absatz 4 UWG. Das ist nochmal ein eigener Unlauterkeitstatbestand. Den wollte ich hier nochmal ganz kurz ansprechen. Da geht es nämlich um die Verschleierung des kommerziellen Zweckes. Ich lese mal vor. Unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Das haben wir gerade gesehen, diese Relevanz. Hier ein Beispiel. Der B fordert seinen Angestellten A auf, in der Fußgängerzone Leute anzusprechen und in ein Gespräch zu verwickeln, um diese in das Geschäft von B zu locken. A tut dies und gibt nicht zu erkennen, dass er im Auftrag von B handelt. Hier, das wäre ein Fall von 5a Absatz 4 UWG. Und daneben könnte auch noch 5a Absatz 1 Nummer 1 UWG einschlägig sein. Das müsste man aber prüfen. Hier 5a Absatz 4 ist definitiv einschlägig. Genau, dann noch zu dem 5a Absatz 4. Dieser 5a Absatz 4 ist nicht anwendbar, wenn der 5b Absatz 4 einschlägig ist. Hier das wirklich Standardbeispiel ist bei Influencern, die so einen Post machen und nicht dabei schreiben, das ist Werbung, obwohl die Geld erhalten haben, dafür, dass die diesen Post mit der Handtasche machen. So, da ist der 5a Absatz 4 nicht einschlägig, weil der § 5b Absatz 4 UWG in Verbindung mit dem § 6 Telemediengesetz, die verdrängen den 5a Absatz 4, weil die Lex Spezialis sind. Dazu aber auch nochmal im nächsten Video. Genau, das sind die Probleme bei Influencern. Dazu komme ich im nächsten Video. Und damit war es das von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und dann könnt ihr Fragen, Kommentare und da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.